Hallo, hast du schon mal darüber nachgedacht, ins Handwerks reinzukommen? Ich habe meinen Traumberuf unter tausend verschiedenen Berufen gefunden. Ich bin Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik geworden. Hast du Lust mehr über diesen Beruf zu erfahren? Dann bleib dran und schau dir mein Video an. Guten Tag, Banaka, Elektriker. Wir haben eben den Kundenservice angerufen. Hast du schon mal Gedanken gemacht, wie man die Haushaltsgeräte reparieren kann oder warum sie funktionieren? Steckdose Du benutzt sie jeden Tag. Aber weißt du auch, woher der Strom kommt? Alexa, Tischlampe an. Alexa, Tischlampe aus. Smart Home. Etwas, was sicherlich immer mehr in die Zukunft kommt. Nutzt du es auch schon zu Hause? Hier ein Einblick in meine täglichen Aufgaben. Auch das wirst du während deiner Ausbildung lernen. Ich bin 2011 nach Deutschland gekommen und habe meine Ausbildung 2015 begonnen und erfolgreich abgeschlossen. Und jetzt habe ich angefangen, den Meister zu machen. Interessiert dich diese Arbeit? Dann bewerb dich und steig ins Heimwerk ein.